Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3, so. Und der liebe Döner spielt hier auch, egal. Jedenfalls, ähm, ich hab schon alles vorgeladen und so, deswegen sind wir jetzt auch schon mittendrin und ich mach mal hier Spielfortsitzen. Also, also, go, würde ich sagen. Oh, der Pinguin ist wohl hin. Oh, was war das? Wieso hat das jetzt zweimal so derbe geleckt? So, was gibt's denn hier, Kollegen? Was gibt es denn hier? Boah. Jaja, ich pass schon auf. So weit, so gut. Grinch. Da ist doch dieser grüne Typ da. Vielleicht kennt ihn ja einer noch. Dieser Weihnachtsschmock da. So. Eieieiei. Aber ich kacke ich in den Hut, Alter. Oder auch nicht? Ne, ich mach mich mal lieber vom Acker, sonst, äh, so aus dem Fenster. Kriegt auch eine vor den Latz. So, sind das jetzt Verbündete oder was sind das? Nee, ne? Boah, scheiß Dreck. Nein, 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 nein. So. Fuck, 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 komm schon, lad nach, lad nach. Lad nach. Was willst du hier noch? Was willst du hier noch? So, meine Freunde. So einfach mach ich es euch dann doch nicht. Ein lecker Tee saufen hier am Sofa. Naja, später. Alter, 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 alter. Okay, das war, das war dumm. Das war richtig dumm gemacht. Hätte ich einfach oben chillen müssen und so auf Distanz ballern. Ach nee, ne, schon wieder alles von hier aus. Ja, jo, ich bin schon dabei. So, ich kann hier schon mal nachladen. Wow. Da kommen von irgendwo noch Schüsse her, aber ich weiß nicht wo. Das ist der liebe Grinch hier. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Wow. Bullshit, 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 bullshit. Also gut, noch einmal. Jetzt aber mal ran an das Ding hier. Kann doch nicht sein. Okay, Grinch wieder mal. Der sehr verärrt der hier. Kollege. Ach, da bist du, Kollege. So, du auch gleich. Okay, das ist unser Sandmann. Mach mal Tür auf hier. Okay, das sind alles Verbündete. Munition, sehr gut. Der Arme hat's, den hat's erwischt. Also gut, Kollegen, wo seid ihr? Wir müssen den Hof durchsperren. Frau Springsteckerfeuer geben. Los, los. Rücker vor. Los, los, los. Verkippen wir verhoben auf der Treppe. Wo? Ach so, da. Alter, die überleben aber lange. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Also gut, wo seid ihr? Der werft mir doch tatsächlich die Granate zu. Oh, 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 oh. Sieht auf jeden Fall böse aus, dass da auf mich zukommt. Oder auf uns hier. Nein, Dreck. Boah, ich dachte, ich hätte eben erst nachgeladen. Was soll denn das? Boah, ich habe auch üblen Hunger gerade irgendwie, merke ich. So, der dürfte hin sein. Oh, das ist Grinch. Sorry, Grinch. Na, woher denn? Alter, 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 woher? Ey, ist klar. Bin aber ziemlich lange verletzt. Alter, schon wieder nachladen? Gibt's ja wohl nicht. Okay. Das ist richtig scheiße. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ich kack, hab übel ab bei der Mission. Jetzt läuft's eigentlich aber. Wo sind denn die alle? So. 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 Nein. Alter, Alter, Alter. Ich bin auch dämlich manchmal. So, jetzt nachladen. So weit, so gut. Okay, passt doch. Geht. Ui, 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 ui. Oh je, Leute. Bin mal gespannt, wo muss ich denn hin? Wieso wieder zurück? Folgen, folgen. Ich bin ja schon dabei. Und hier strömt irgendein komisches Gas aus. Wie es so aussieht. Ah, ja. Sehr gut. Auf das habe ich gewartet. Ohohoho. Da lebt ja noch einer. Hat auf jeden Fall richtig fett gefetzt, die Scheiße. Noch einer. Boah. Ach so, vier. Alter, hau doch mal ab. Ja, ist klar. Also siehst die Granate nicht und dann sowas. Alles runter, Alter. Alles runter, Alter. Komm schon. Alter, wo kommt das her? Na, mal sehen. Vielleicht bringt das ja was. Sehr schön. Komm schon, Sandmännchen hier. Zabr, Zabr, Nitzant, Mann. Vielen Dank.